Wenn ich diesem maßlos gewordenen, bräuntarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Der Disney-Kultur, der Magik-Kindom als ein Park, wurde seit 30 Jahren entwickelt, und wird in Takt gebracht. Es wird anders sein. Wir werden jetzt versuchen, verschiedene Veränderungen zu finanzieren, all die verschiedenen Parten, und ich hoffe, dass das, in der Ende, und machte das dream come true. Das Agreement mit der Walt Disney Company ist ein sehr, sehr interessantes Konzept und Affair. Ich bin sicher, dass es ein großartiges Erfolg wird.